lala lala 16 bären 15 möhren jetzt alles hier wird was sich finden kann ein paar bäume mitnehmen so ein schweinchen das schläft außerhalb vom haus ist klar mir kann nur 40 sam staken wieder dann nicht doch schon wieder blöd 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 dazu meiner gleich super schwach ja da wieder nichts essen aber was ich gebrannt habe naja ich bin ich wenn man weiter weg läuft dann kann man ruhig die büsche mit einsammeln ja dann ja sonst alles an sich heran holt wenn man die schaufel hat wenn man die schaufel hat richtig nein ich habe keine fackel gemacht da hinsetzen naja weiter einsammeln und soll die taten lang darum stehen da wird ja nicht lange bis das hell wird wieder brauchen wir kochtöpfe auch fackelbaum fackel brennen wieder alles in brand stecken nein nimm doch einfach die bären mit dem buschen brand stecken baum habe ich gesagt nein aber nicht bei mir der busch glühwürmchen an was brennen gleich holzkohle mitnehmen ähm axt raus holen oh ein warploch habe ich das schon mal gehabt scheint so ich glaube dass du dieses wurmloch hatte ich schon mal du bist dämlich mal rein du bist dämlich bitte nicht sterben bitte nicht sterben okay das ist eine abkürzung nach da oben hin alles klar vor allem ist jetzt auch neu dass ähm der wind die asche wegweht ne das ist es schon länger ja hab ich noch nie gesehen vorher das kannte ich schon öfters ui hier sind viele bischen hier sind echt ganz schön viele bienenester ja killer hives und sowas gibt es ja auch massenweise ja weiß ich habe ich schon gesehen wir müssen halt alle nacheinander alle zerstören damit wir nicht so viel im umkreis haben boah hier sind ganz schön viele what the fuck auch ein roter pilz 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 ja und dass das im kühlschrank länger hält ja halt auch und sonst hast du ja keinen kühlschrank oder wann man den noch befüllen muss oder so bleibt ich glaube der bleibt so erstmal der biene die blumen klauen ich könnte mal gräber finden das wäre ganz interessant ja ja wer ist das ja damit man sich so ein so ein vor eisstab machen kann ja warum nervt doch nicht bist du den weg lang gegangen nach oben hin man war quer durch ein bild gerannt ja ok hier warst du noch nicht ach ne wester angezogen aber dann lass ich mir noch sehr fein hier ist echt alles voller bien ja bei mir auch mächtig ja ist egal dem entsprechen nein trutan ja bären sind hier warst du schonmal boah nein trutan hopp jetzt muss ich schnell rüber rennen ich glaube hier warst du schonmal also wenn du keine bären an den bischen siehst war ich dann definitiv da lagen bären bären in den bären im boden haben wir weggeschmissen ich glaube da hat irgendwas mitgenommen achja ich muss ja jetzt Gras dann sammeln für ein paar woops machen können ja schade ist dass man nicht sehen kann wo der andere schon lang gerannt ist mhm Hätten jemand mit rein machen müssen Das Oder wo der andere sich grad auf der Karte befindet, das sieht man ja auch nicht, ne? Naja Weil ich jetzt komplett nach oben geh erstmal Ach Troutan, ey Finde ich auch schon Kann jetzt einmal woanders hin Ey Vielleicht aber an, dass da jemand schon lang gelaufen ist Hm Hm, das ist halt blöd Kann auch sein Weißt du, sonst muss man sich einmal die Map pushen Und dann überlappen Bei uns, weißt du Ja Wenn man sieht, wo man vielleicht schon mal nackt Ja, irgendwie ging es, dass man die Map auch Anmachen kann Oh, das weiß ich aber nicht Habe ich gesehen, dann kannst du die Map nicht darauf klein oben angezeigt haben Be know up, das ist meins Äh, Spinne Was liegt denn da Pick up the world Okay Oh, hier ist ein Bärenbusch Hier liegen zu einem Bärenbusch, hast du die mal? Liegen das Ja Okay Bei meinen Herzen auffüllen, da kann ich wär Ich hab eine spinnige Kid, kommen gleich zwei Stück raus Hallo Ich glaub ich weiß, wo du bist Ja Also ich hab ganz, ich hab so massenweise Bienen, die stecken auf einen Haufen gerade Ja, kann sein Ich bin echt Hilf mir Schweinchen, komm, hilf mir Okay, ist das Ende 35 Bär, ne Genug dafür jetzt, ja Okay Mein Lager ist recht voll Ja Bei mir geht das grad Oh, der Stecker kann ich ihn aufheben Boah, das nervt darin, so ein bisschen Bei mir liegt das kein Meter Ja, du hast den Hoster auch auf Aber dein Finger ist 5,70, ja gut Ja, aber du bist ja auch der Hoster, deswegen Der Hoster Der Finger brauchst du Ähm, zu langsam muss ich was essen oder nach Hause gehen Ich glaub ich geh gleich nach Hause Ja Danach tue ich ein bisschen Holz sammeln Erstmal vorgeleckt beim Essen Oh nein, mein Magen Äh, futter mal hier die Samen Ach nein Ach nein Schamte Scheiße Hast du das Geräusch gerade auch gehört? Nein Und sonst zeig ich ja nicht und nein, oder? Ach, wollen die mich trollen? Ja, mich aber auch Vor allem schon wieder Ja Also wie viel Gehirn hast du? Toll Ah, 196 Okay, 193 Normalerweise sollten sie nicht kommen Wie? Die kommen immer wenn man wenig Hat Ja, genau wie mit den Monstern Diese Schattenmonster Die kommen ja auch wenn man Sehr, sehr wenig hat Das weiß ich ja Oh nein, ist neben mir Boah Das ist nervig wenn man manchmal so legt und ich dann Geradeaus weiterlaufe und dann zurückzuckt Auf zu lecken Passt Okay, und es wird Duckel Jetzt heißt es erst von Hause gehen und erstmal die ganze Nahrung verarbeiten Ich facke hier gerade den ganzen Wald ab Warum? Na gut, dann bring die Holzkohle mit Licht Das ist ein riesenweit Das ist ein riesenweit Das ist ein riesenweit Das ist ein riesenweit vor allem, ne? Hm Oh nein, nicht riesenwälder Du weißt genau was das heißt Du weißt genau was das heißt Cool